Du arbeitest in der Universitätsbibliothek. Es ist ein ruhiger Nachmittag, als plötzlich eine Lieferung von 1280 verschiedenen Büchern ankommt. Die Bücher sind in einer langen geraden Reihe aufgestellt, jedoch nicht geordnet und das automatische Sortiersystem ist kaputt. Zu allem Übel fangen am nächsten Tag die Vorlesungen wieder an, was bedeutet, dass gleich am Morgen Studenten scharenweise nach diesen Büchern suchen werden. Wie schaffst du es, alle rechtzeitig zu sortieren? Du könntest zum Beispiel an einem Ende der Reihe mit dem ersten Buchpaar anfangen. Wenn die ersten zwei Bücher geordnet sind, dann lass sie so, ansonsten tauschst du sie. Sieh dir dann das zweite und dritte Buch an, wiederhole den Vorgang und mach so weiter bis zum Ende der Reihe. Irgendwann stößt du auf das Buch, das am Ende stehen sollte und tauscht es mit allen darauf folgenden Büchern aus, bis es am Ende der Reihe ist, wo es hingehört. Dann beginnst du wieder von vorne und wiederholst den Vorgang, um das zweitletzte Buch an seinen Platz zu befördern. So machst du weiter, bis alle Bücher sortiert sind. Diese Methode heißt Bubble Sort. Sie ist sehr einfach, aber langsam. Du würdest 1.279 Vergleiche in der ersten Runde machen, dann 1.278 und so weiter. Insgesamt wären es 818.560 Vergleiche. Würde jeder Vergleich nur eine Sekunde benötigen, dann würde das Verfahren mehr als neun Tage dauern. Eine zweite Strategie wäre, zuerst nur die ersten beiden Bücher zu ordnen. Nimm dann das dritte Buch und vergleiche es mit dem Buch an zweiter Stelle. Gehört es vor das zweite Buch, tausche sie. Vergleiche es dann mit dem Buch an erster Stelle und tausche die beiden, wenn nötig. Jetzt hast du die ersten drei Bücher sortiert. Füge ein Buch nach dem anderen zu der geordneten Bücherreihe hinzu, indem du es mit den Büchern davor vergleichst und tauscht, bis es an der richtigen Stelle unter den schon sortierten Büchern steht. Dieses Verfahren heißt Insertion Sort. Anders als bei Bubble Sort muss man dabei nicht jedes Buchpaar miteinander vergleichen. Im Durchschnitt erwarten wir, dass wir jedes Buch nur mit der Hälfte der Bücher, die davor kommen, vergleichen müssen. In diesem Fall liegt die Gesamtzahl der Vergleiche bei 409.280, was knapp fünf Tage dauert. Das sind aber immer noch zu viele. Hier eine bessere Idee. Zuerst wählst du willkürlich ein Buch aus. Das ist das Trennelement, das du mit jedem anderen Buch vergleichst. Teile dann die Reihe, indem du alle Bücher, die vor das Trennelement gehören, links davon anordnest und alle, die dahinter gehören, rechts davon. Damit sparst du sehr viel Zeit, da du die Bücher auf der linken Seite nie wieder mit den Büchern auf der rechten Seite vergleichen musst. Betrachte jetzt nur die Bücher auf der linken Seite. Du kannst hier wieder ein Buch als Trennelement wählen und die Bücher, die davor und dahinter gehören, voneinander trennen. So kannst du immer weitere Unterteilungen erzeugen, bis du eine Menge kleiner Teilbereiche hast, die du durch eine andere Sortiermethode wie Insertion Sort schnell ordnen kannst. Bei jeder Unterteilungsrunde fallen etwa 1280 Vergleiche an. Wenn deine Aufteilungen relativ gleichmäßig sind, brauchst du, wenn du die Bücher in 128 Teilbereiche A10 Bücher aufteilst, circa sieben Runden oder 8960 Sekunden. Das Sortieren dieser Teilbereiche braucht jeweils 22 Sekunden. Alles in allem könntest du mit dieser Methode namens QuickSort die Bücher in unter dreieinhalb Stunden ordnen. Doch das hat einen Hacken. Sind die Unterteilungen ungleichmäßig sparst du keine Zeit. Glücklicherweise passiert das selten. Deshalb ist QuickSort eine der effizientesten Strategien für Programmierer. Damit werden in Online-Shops die Waren nach dem Preis geordnet oder eine Liste aller Tankstellen in der Nähe eines gegebenen Ortes nach Entfernung sortiert. In deinem Fall bist du mit dem Ordnern fertig und hast noch Zeit übrig. Wieder ein aufregender Tag in der Bibliothek. Weitere Tipps dazu, wie du dein Leben besser organisieren kannst, bekommst du in diesem Video. Hier erfährst du, welche Zeitmanagement-Strategien sich Wissenschaftler von Computern abgeguckt haben und wie du diese Erkenntnisse für dein eigenes Leben nutzen kannst.